Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Megacrops. Ihr wollt noch mehr sehen oder meine Zukunftslesien verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal. So, wir sind unter... Oh, was ist hier? Was ist das? Rubbys Deck. Achso. Das ist ja kein Problem für uns. Fliegen wir mal hier rein. Sagen Hallo. Passt die Sache. Hier hin. Alles cool. Erlangt Eigenschaften. Alles passt. Fliege ich hier durch. Forschungsschiff. Komm her. Mach Systemerkunden. Komm her hier rein. Mäh die paar Fichis hier ab. Kristallwesen. Ah, in die Mitte drauf. Pio Pio Pio. Brrrr. Brrrr. Hm. Nice. Fenzen geschlossen. Wir haben eh keine Chance. Hier runter. Fliege ich hier hoch. Es passt. Passt, 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 passt. Okay. Nice. Oh, Plasmabeschleiniger. Hm, cool. Ja, das passt. Da sausen wir auch noch durch. Gehen wir da nach oben. Okay. Das ist bestimmt ein fliegender Händler. Das passt soweit. Was haben die da für einen? Einen 14er. Äh. Langweilig. Jump, jump, jump. Boom. Boom. We built something. Yeah. Machst du das? Hm, Verbesserung. Okay. Hier. 7 zu 10%. Hm. Gleich hier drauf. Gut. Armeen. Machen wir hier. Armeen landen. Gut. Gut. Sklavenarmee. Keine Chance. Alles cool, man. Hier ist ihr folgt. Nein, hier. Das passt. Oh. Zerstörte Welten. Die Crew der Olmak Armada hat die Präsenz mehrerer verfallener Orbitalstationen und Tod der Welten nahe des Enzmar-Systems gemeldet. Welche Interstellarnationen auch immer das Enzmar-System einst bewohnt hatten, scheint vor langer Zeit bereits kollabiert zu sein. Gefallener Außenposten ist ein Schrottplatz und mit verstrahlten und rosteten Überresten von Gebäuden, Infrastruktur und Fahrzeugen bedeckt. Es konnten keine höhere Lebensformen ausgemacht werden. Wir können mehr über diese verlorenen Zivilisationen lernen, indem wir ähnliche Planeten in diesem und dem benachbarten System untersuchen. Gefallener Außenposten Nice. Euch hole ich mir. Oh, eine kleine Flotte. Ok. Ob gotteswillen. Eh keine Chance. Ah. 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 Keine Chance. So wird das spannend. Und gleich mal drauf. Kolonisierer. Sehr gut. Ruckel, ruckel. Ihr könnt gleich landen. Du kannst hier runter zum Untersuchen. Hm. Schade. Ja, du untersuchst noch. Ihr könnt hier rein. Ihr könnt hier rein. Du machst das noch fertig. Gut. Kommt auch da hoch. Passt die ganze Schose. Hm. Okay, Arbeitsplätze. Zivilindustrie. Und hier die Zivilindustrie. Hier. Puh. Ressourcensilo drauf. Hier. Arbeit ist genug da. Rorschung. Da haben wir doch hier so was Schönes. Haben wir Sklave. Da haben wir was mit Sklave. Passt. Das läuft. Du bist am erforschen dann. So. Du bist uninteressant. Komm. Wieder hoch. Ach so. Kann ich noch nicht abbauen. Planetary Exploitation Forecast complete. Na herzlichen Glückwunsch. Gut. Wird das. Technologie. Zwölf Monate. Ist gut. Zwölf zwölf. Können wir das durchknallen. Erlasse. Ja. Forschungsgelder. 200. Ja. Dauert noch ein bisschen. So. Boom. Boom. We built something. Yeah. Okay. Könnt ihr bis da runter fliegen. Setze ich euch auch unten an. Nahrung. Machst du mir wieder Probleme. Sieht so aus. Was gibt's hier? Plastbarbeschneuniger. Ja. Können wir mal. M-m-m-m. Erlasse. Das haben wir es eh gleich. B-zit. Und durch. Gut. Was ist das? Noch einer. Danach können wir abziehen. Hier. Was baut der da die ganze Zeit? Nimmt der das dem ab oder? Was ist mit dem? War geklärt. Konstruktion complete. So. Wasch du das? Nein du hast noch. Du hast noch. Sehr schön. Dann komm her. Wasch da auch hier rein. Konstruktion complete. Ja. M-m-m. Kloppenmanager. Alle verstärken. 1. 2. Wir haben etwas gebaut. Kloppen wir jetzt alle da unten raus. Konstruktion complete. Ja. Es sieht so aus. Oh. Markt. Da 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 da. Hier. Dann haben wir nochmal. Tausende drauf. Wir haben etwas gebaut. Konstruktion complete. So. So. Dann haue ich euch halt hoch. So. Hier. Dann, k- To. Gut. Dann können wir bauen. Ja. Schön. So. So, so. 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 Können wir bauen. Forschungsgeschwindigkeit. Sehr gut. Forschungskomplex. Schilde. Resortwelt. Okay. Komm mal, ne zentrale Sternbasen, dann kommst du dran. Sehr schön. Fertig, hier hoch. Landwirtschaft. Das ist nochmal Forschung. Ach, verdammt. Doch. Passt. Ach, da sind auch noch welche. Okay. Alles cool. So. Ihr zwei. Ihr seid mal auf dem Sprung bereit für das nächste Mal. Das passt. Ansonsten ist alles cool. Du gehst nochmal ab. Nice. Schilde. Panzerung. Alles nice. Yeah, yeah. So, jetzt knallen wir nochmal zwei drauf. Konstruktion complete. Schiffswerft und... Ja. Ja. Bei mir die Flottenakademie. Das passt. Gut. Haben wir es auch wieder geschafft. Alles ist in Position. Alles passt. Alles wartet. Hier oben sind wir auch wieder ein bisschen im Plus. So. Wollen wir das ja auch. Und an dieser Stelle sage ich wieder Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Sch Nature Lin Uff. Seht ihr mal aus dem Komm Webber.